Und drinnen, innen drinnen. Die schütte ich jetzt so lange weg, bis die Fussel weg sind. Ok, das dauert ungefähr 2-3 Tage. Nein, da schau ich jetzt mal gleich. Siehst du, was da oben am Ding runter geht? Fusseln. Ja. Das sind halt die Teile, die zusammen dran hängen. Ja genau, Fruchtfleisch. Ja genau. Und dann tue ich wieder ein Laubankswasser rein. Nicht heiß, sondern Laubanks. Und dann tue ich mein Essen umrühren, dass sich vom Sommer ein bisschen was löst. Das ist meine Idee wieder gewesen. Jetzt lasse ich stehen und das mache am Tag ein paar Mal. Ein paar Mal. Und nach den 3 Tage, dann tue ich das zum Trocknen auf der Zebra oder was? Nein, das tue ich dann. Aber du musst das ja erstmal raus. Siehst du, da ist schon wieder ein Fussel da. Siehst du, ein größerer Fisch da. Aber jetzt hier nochmal die Samen, die du im Römertopf hast. Die musst du erstmal ein bisschen trocknen, bevor du dir rüber tun kannst, oder? Ja, ja. Und wie machst du das? Auf der Zebra oder was? Nein, die habe ich da nicht. Die habe ich da draufgelegt. Und der Römertopf saugt das Wasser selber auf? Ja, genau. Eben. Da wird uns das leichter, weil sie auch einzieht. Gell? Und das ist schon. Das ist das auch gut. Aber du wirst, wirst du hier so. Und du wirst die Brapenstück, also ich vor den Frucht. Das ist das auch gut. Und du wirst.